Das WM-Qualifikationsspiel zwischen Russland und Polen wird nicht stattfinden. Dies erklärte Mannschaftskapitän Robert Lewandowski am Samstag, zusammen mit dem Präsident des polnischen Fußballverbands Cezary Kulesza. Auf Twitter schrieb Lewandowski, Zwar sind weder die russischen Spieler noch ihre Fans für die Invasion verantwortlich, aber man kann nicht so tun, als sei nichts passiert. Russland empfängt Polen im Halbfinale der WM-Playoffs am 24. März und trifft im Falle des Weiterkommens am 29. März im Finale der Gruppe B, entweder auf Schweden oder Tschechien. Verbandspräsident Kulesza schrieb auf Twitter, man sei in Gesprächen mit dem schwedischen und tschechischen Verband, um der FIFA eine gemeinsame Position zu präsentieren. Die FIFA reagierte vorerst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.